Die Bösewichte Die Bösewuchslosigkeit tut ihr gut, das sieht man. River genießt gerade das Familienleben. Familie und Polizei verträgt sich nicht. Endlich kann ich mal nachholen, was ich all die Jahre verpasst habe. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so schwer gesehen. Du isst das und mich. Auch du isst noch was. Was ist mit dir? Wie? Hast du hier Familie? Oder Freunde? Ich war mal normaler. Ich hatte eine Familie jetzt nicht mehr. Ja, dann hätte ich gerne mal einen anderen. War früher Nomade, aber die Familie ist zerfallen. Gefühlt vor einer Ewigkeit. Für mich ist nichts wichtiger als meine Kinder. Ich habe Fehler gemacht. In meinem Leben ist eine Menge schief gelaufen, aber ich habe meine Kleinen. Kannst du dich dir mich als Vater vorstellen? Joss, wenn der nicht hier ist, kannst du dich mir als Vater vorstellen. Joss, kannst du dir mich als Vater vorstellen? Ich meine, ich sehe auch nicht gerade aus wie eine gute Mutter, also? Ja, wer sagt ja? Ich. Er hat selbst die Hand gehoben. Wie? Bist du mit jemandem zusammen? Rück raus mit der Sprache. Dann wäre das ja geklärt. 11,99 hier. Verstärkung benötigt. Komm, ich rette dich vor dem Überfall. Ja. Danke, Joss. Ja, danke. Puh, das wurde gerade echt brenzlig. Wofür hat man einen Partner? Als nächstes hätte sie dir alte Fotoalben gezeigt. Gib's zu, du hattest nur keinen Bock, den Abwasch zu machen. Stimmt. Also haben wir zwei gute Gründe zu gehen. Ja. Wer wären wir? Sei er dich. Was genau ist das? Ein Wasserturm. Idealer Ort. Ideal? Wofür? Trinken. Umhängen. Reden. Hier lang. Ach, scheiße. Das Tor klemmt wieder. Muss es mal reparieren. Ich helf dir rüber, okay? Und du machst es von der anderen Seite auf. Okay. Okay, klingt gut. Klingt nicht gut. Einfach drücken. Okay. Weiter geht's. Die Gegend ist eigentlich nicht übel. Optisch natürlich kein Blick fangen. Aber was soll's. Corpo Plaza ist es nicht. Nein. Aber man kann hier leben. Gibt schlimmere Orte, um Kinder groß zu ziehen. Und Randys Ärger mit der Polizei? Er kam ja nicht aus dem Nichts. Stimmt. Aber Randy kommt ganz nach seinem Vater. Er hätte auch in einem netteren Viertel Ärger. Okay. Kann ich ja vielleicht rausfinden, was hier die ganze Zeit ins Geräusch macht. Oder auch nicht. Angeblich die schlimmste Stadt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Aber die Skyline ist toll. Irgendwie beruhigend. Also auf die Seite von River. Okay. Mir gefällt's hier draußen. Ich weiß nicht, River. Die Wolkenkratzer stören das Bild ein wenig. Ich hab was für dich. Deine Pistole? Deine Pistole? Ich hab sie schon so lange. Zu lange. Zeit für einen neuen Besitzer. Weiß nicht, was ich sagen soll. Aber schieß dir nicht den Fuß ab, okay? Interessante Warnung. Ich würde ihn jetzt auf die Schalter klopfen. Was hast du schon mal gemacht? Stockbesoffen. Genau hier. Was das hier zu einem besonderen Ort für deine Familie macht? So in der Art. Zeit für den Höhepunkt des Abends. Wollen wir was trinken? Das Stärkere wäre jetzt genau das Richtige. Was Starkes wäre jetzt genau das Richtige. Ja, sehe ich genauso. Das habe ich leuchtet. Auf Joss und die Kinder. Auf Joss und die Kinder. Ja, auf die Familie. Hast du noch mehr davon? Zwei Flaschen Whisky und ein Kasten Bier. Sollte reichen. Das werden wir ja sehen. Schneide eine Leber an. Es wird eine lange Nacht. Und ein langer Morgen. Möglich, ja? Mit. Danke. Gut, ähm. Ja. Klappt aber. Wo habe ich das hingetan? Ja, aufstehen und aufs Klobby. Wir besiedeln den Mond, können aber immer noch keinen Kater heilen. Naja, war wenigstens ein schöner Abend. Naja, aber ich muss jetzt los. Ich habe Joss versprochen, sie zu Randy zu fahren. Ganz ruhig. Du hast dir so viel Zeit, wie du brauchst, um gerade stehen zu können. Kannst du überhaupt fahren? Es ist schön, dass das ganze Ding explodiert ist. Kannst du überhaupt noch fahren? Oh, bitte. Beim NCPD ist mein Experte im Fahren nach einem Feuersauf. Geht schon. Grüß Randy von mir. Grüß Randy von mir. Mach ich. Bis dann wie? Und tschüss. Boah, Licht, Alter. Voll ins Gesicht. Hey, was geht? Guten Morgen. Ich hoffe, ich störe nicht. Der Generator. Denkst du dran? Fuck. Muss das jetzt sein? Ja, jetzt. Danach geht's ins Krankenhaus. Ich will, dass alles fertig ist, wenn Randy nach Hause kommt. Also, das heißt, Joss, Kutscher. Das stimmt nicht mit dem Teil. Keine Ahnung, aber der Strom geht nicht. Und sein Zimmer ist ein Saustall. Den ich aufräumen soll. Ich weiß, wie das klingt. Ausnahmsweise mal, bitte. Ja. Tschüss. Und. Tschüss. So, was hab ich denn hier noch? The beast in me. Bis zum Rückkehr. Tagsüber nach Hause. Das Auto fahren. Psycho-Galer. Gästgüste. Nachtee. Wieder Masai. Ich verfolge mal diesen Weg. Und freu mich, dass Takemura zeigt. Die Bade wird bald beginnen. Ich warte, wo wir vorhin waren. Bei den Ständen handelt dir nur kein Ärger ein. Stay it's safe. Dann will ich da mal... hin... ...zu wirklich schon Implantat. Und da wollen wir gleich mal so... Wollen wir doch gleich mal sehen, ob... Wir haben was sehen können. Gut. Wir sind hier... Treffen uns mit... ...Akeshi und seinem Castle. Okay, da schnuppen wir gut. Noch was zu lesen. Und da geht's gleich ab. Hey. Gerade rechtzeitig. Ja. Ich bin immer pünktig. Gut siehst du aus, Goro. Hey, Goro. Wow, du siehst ja richtig gut aus. Ach ja? So fühl ich mich aber nicht. Ich habe einen Neuvers Kopfbucher probiert. Aha. Und wie war er? Lecker? Nach dem Leiter da unten. Die Parade beginnt bald. Aber auch alles Daten anpasst. Ich errate dir, sieh auch... Oh oh. Die Lampe sieht nicht gut aus. Ich bin jetzt die Malware. Das ist aber viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Ja, dann... Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, wie sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe. Sollte leicht sein. Der zweite ist schwierig. Das Glettern muss sein. Der dritte versteckt dich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanakosamas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber Scharfschützen sehen noch besser. Sehen wir den Pen. Ei, ei, den. Falls das gefährlich klingt, denkt an, du kannst dich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanakosama treffen muss. Ich habe die Animation anscheinend gesehen. Das ist aber erst das Laut hier. Gibt es einen Plan B? Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt es einen Plan B? Was glaubst du? Han beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des C.E.O.s durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Bist du bereit, Ode noch weiter zu begegnen? Ich schon. Die Frage ist, bist du's? Das ist Mann. Mann. Vergisst du da nicht deine Kleinigkeit? Deinen Kumpel, oder? Oder hat er, er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben? Vielleicht, bist du ihm und Hanakos auf den Kopf fällst. Hm, das ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als er. Okay, pass auf dich auf. Pass auf dich auf, Goro. Und jetzt gehe ich völlig planlos da rein. Also, vom Plan her. Ja, nice. Ich bin in Position. Wagen fahren jetzt los. Sei vorsichtig, sonst schicken sie Arasaka-Tronen. Und ich habe einen Netrunner in der Arasaka-Uniform gesehen. Er steckt sich. Okay, bin bereit. Nein. Fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, wo ihr Hanakos am Spaten auftaucht. Okay, ja. Entschuldigung, ich muss hier... Oh, ich danke. Entschuldigung. Hey, Entschuldigung. Danke. Nee, nee, nee. Hey, warte! Ha! Ich, die lassen mich nicht vorbei. Was ich immer alles mitnehmen muss, das man macht, oder? Hey, Frau. Hallo. Komm doch. Entschuldigung. Ich wollte hier nicht sterben. Hallo. Ja? Das wird richtig scharf. Ein krasser Gegensatz. Gut, dass ich einen Plan habe, welche Karte... Also, gut, dass da Karte mir jetzt sei. Ich muss da hingehen. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Er ist abgelenkt. Er wird gar nichts merken. Und ich muss mich natürlich hiermit verliehen. Und ich muss, äh... Äh, Data Mining. Einfach nur Data Mining. Okay. E9, E9, E9. Und die anderen nicht. Gut. Und ich muss mich nicht mehr auf dem Balkon und mit dem grünen... Ein Fein, eine Fahrstuhl, die über die Brücke auf die anderen Straßen zeigt. Guten Tag, guten Tag. Ey, ihr könnt mich alle kreuzweisen! Ja. Sie haben Tom umgebracht und drücken seine Leiche einfach nicht raus. Und ohne Leiche keine Entschädigung. Wie? Das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir beide zuhören können. Ja, mach das. Nache mal, die Sicherheit ist unflüchtig. Sie erfügt keiner unter den Augen. Rana Kusama sollte nicht hier sein. Stellst du Yuinobus' Befehle infrage? Mach deinen scheiß Job. Verstanden? Over and out. Hm, genau wie erwartet. Oder ist hier. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Alter. Muss ich hoch oder... Ich hab keine Ahnung, in welchen Stadtwerke ich muss, aber... Ich weiß, dass da unten die 70 angezeigt wird. Und sieh' hier nur als Bild aus. Ähm... Na, ist 30 Meter. Hey, die Robo-Sau kenne ich! Was? Adam Hackfresse Smasher! Ja, das ist schön. Der Typ, der dich gekillt hat? Typ? Der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburo aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast auch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Was denn noch weißt, oder? Gut, ich muss halt so, den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Hey. Das Ding sieht nicht gottstabil aus. Ja. Fuck! Ich wäre fast gestürzt! Sei vorsichtig! Du darfst nicht auffallen! Hab ich doch gesagt! Okay, gut. Schweige nicht. Nicht. Es ist der Klang, wenn wir nöchten. So. So. Ja, nach wem musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Einfach nur, worum es geht. Äh. 7a, 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 1c, 7a, b, d. Okay. Okay, äh. Hier wird, äh. Ich bin nicht mehr auf dem Geschäftspartner gedacht, sondern für seine Feinde. Und es ist kein Zufall, dass ich sie in dieser Stadt ausspreche. Denn vor 50 Jahren zeigten unsere Gegner hier im Nachsitzung ihr wahres Gesicht. Ein feiger Terror, der 4000 Menschen das Leben macht. Ohne Munition natürlich. Das Ziel erledigt. Das hört man gern. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist bei der Probe. Ich gebe Bescheid. Ja, E9, BD55 und E9. E9, BD55. Egal. E9, BD55 und E9. Er ist fehlgeschlagen, schade. Also, der spricht wieder. Vielleicht viel. Wir müssen uns bereiten. Der Spieler versucht, ihr Ärger anzufangen. Halt Kontakt! Halt Kontakt! Halt Kontakt! Das war's für heute. Tischer Kopfschuss, ja. Was für Rohre? Ich weiß, dass du hier bist. Okay. An dem wir jetzt nicht viel dran haben. So gut, dass ich das nie so hinkriege, wie es geplant ist. Naja. Ich auch hin. Wenn ich jetzt mit einem Schuss haue ich den Apparat weg. Warte, 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 das sieht geil aus. Ich weiß nicht wieso, aber ich will das in der Linie machen. Okay. Okay. Gut, mach ich das nochmal. Keine Ahnung, was mit erwischt hat, aber egal. Schütze Afterfußgänger, Volke. Puh, das wär erledigt. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Ein Problem bleibt so. Und zwar? Arasakas Netmanda. Sie hat die Kontrolle über alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. Wir müssen den Wagen nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus. Sie sind dieses zweite Scharfsschütze. Okay, bin unterwegs. Schon wieder dieses... Ich glaube, ich hab da ein Mini übersehen, weil ich nach oben gucke die ganze Zeit. Okay. Zweimal okay, aber dreimal nee. Können natürlich auch übertreiben oder einfach eine Granate reinschmeißen. Okay, einmal Resetten und nochmal. Schütze Afterfußgänger, Volke. Puh, das wär erledigt. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Und zwar? Arasakas Netmanda. Sie hat die Kontrolle über alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. So können wir den Wagen nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Scharfsschütze. Okay, bin unterwegs. Ob so, du sagst mir auch, wo der Weg ist. Und gibt's mir nicht wieder zwei Möglichkeiten unter Berge. Okay, gut. Ach, wie schön das da draußen aussieht. Und in Night City, auch wenn ich nur den Vorhauf sehe, aber... Da ist ein großer Drache. Ja. Scheiße, nicht gut. Nee. Ich hab ihre Aufmerksamkeit. Link rausziehen! Und... Ist schon zu lang online. Zeit für eine Pause. Okay, jetzt kommt die Star Wars wieder. Okay, jetzt kommt die Star Wars wieder. Okay, jetzt kommt die Star Wars wieder. Ey, tut mir da! Wo ist meine unsuppe Wasser? Bekunde. Oh, jetzt haben wir nicht die hab' ich verkauft. Wurde abgelegt. Die ist gut, die leider nicht. Mit zwei Pistolen. Wir haben die gleiche Munition, deswegen ist das doof. Dann nehme ich das Sturmgewehr hier. Oh, ich habe ja noch ein Level-Aufstieg. Reflexe. Pistolenrevolver am 3 erhöht. Schadensmultiplikator für Kopfschüsse, Pistolenrevolver. Gewehre. Schnellen Neinkauf und Grefe mit Gewehren. Kritische Treffer-Chance-Gewehren mit 10% aus Erdeckung. Mit den Schaden mit Gewehren Maschinenpistolen. Und hier würde ich Gesamt draufsetzen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich weiterkämpfen kann. Gut. Gut. Steh auf. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt mache, aber egal. E99, E55, schade, BD ist nicht da. Aber wo ist jetzt der Bruder? Können wir. Da ist er. Dich. Da ist er. Dich. Dich. Da ist es, ich bin der Bruder. Die Schlachter-Geben, aber die Tür wird es gut geben. Die Schlachter-Geben, das ist das beim Blum an. Zich. Das ist der Bruder. und das war's mit der munition das ist mit der munition hin ich hab noch die munition gut ich konnte ihn oder ist er tot er hat nicht ganz jetzt sollte uns nichts mehr im weg stehen na los mit dem zugangspunkt ok sehr gut online und im system